Sonntag, 25. August, 13.30 Uhr, Wiedelparkstadion, Karlsruhe gegen Hamburg, 2 zu 4. Benjamin Hubhof, Daniel Cordon, David Brissot, Damian Rosbach, Marco Tiede, Lukas Röde, Mark Lorenz, Marvin Winzig, Marvin Bourguet, Lukas Konzerig, Philipp Hofmann, Daniel Heyer-Fenandis, Jan Kirmacher, Rick Van Trokelin, Tim Leibold, Gut, Gideon, Jung, David, Kiesopi, Soni Kittel, Adrian Hein, Katat Neartri, Lukas Hin, Dessert, Bakari, Yata, 23.08 Uhr, Dessert, Kiesopi, Kiesopi, Vielen Dank.